Herzlich willkommen bei Lehmann Audio. Heute bei mir zu Gast Nadine Steffens vom YouTube-Kanal Soul Disco. Hallo Nadine, schön, dass du da bist. Hallo Norbert, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich verfolge deine Videos schon länger. Ich finde das total interessant, was du machst. Vor allem auch hier dein Hintergrundbild, was da zunächst mal aussieht, als wäre es irgendwie nur Fake, irgendeine Tapete, bis du dann reingreifst und Platten rausholst. Das habe ich schon öfter gehört, das ist doch nur ein Hintergrundbild. Ich sage, welche Platte soll ich denn mal rausziehen? Ja, sehr cool. Was war denn deine erste Platte, die du gekauft hast? Ich habe sie mitgebracht. Aus 1978, Elvis Legendary Performer Volume 3. Die habe ich zusammen mit meinem Vater in Köln im Plattenladen gekauft. Eine wunderschöne Picture-Disc. Oh wow, ja, sehr schön. Und war die damals irgendwie besonders teuer? War das auch schon eine Spezialpressung oder sowas? Die war damals sehr teuer, das weiß ich noch. Ich glaube nicht, dass das irgendein Sonderding ist. Heute kostet sie 10 Euro, wenn du die heute haben willst. Was? Ja, das war eine Reihe, die rausgekommen ist, aber billig war die nicht. Aber damals waren ja meiner Meinung nach, so wie ich es in Erinnerung habe, Platten auch nicht so ganz billig. Wenn man das nochmal in D-Mark, da hast du dann 19 Euro. Oder ich hatte auch schon mal für eine Platte, das war kein Doppelalbum, 27 Euro, D-Mark. 27 D-Mark und 50 Cent bezahlt. Okay, ja, klar. Ja, aber das war, ich habe sie immer noch. Sie hat viel gelitten über die Jahre, ist auch eine Welle drin, aber wenn mal irgendwas ist, nehme ich die aus dem Plattenregal und renne dann aus dem Haus. Okay, also das ist die wichtigste Platte überhaupt? Für mich ja, also weil es einfach, für mich hat das ja auch was Sentimentalität. Also das ist für mich, wo ich weiß, das war die erste Platte, die ich hatte, wie stolz ich war, als ich die nach Hause getragen habe, als ich die aufgelegt habe. Und das ist für mich, da steckt ganz viel Erinnerung und ja, Sentimentalität drin. Ja, das war die. Dein Name, also dein Kanalname, Soul Disco implizierte eine Spezialisierung und du redest auch im Wesentlichen über dieses Genre. Wann kam das bei dir? Wie viel Zeit haben wir? Wir haben Zeit. Also das fing an, ich bin durch meinen Vater sehr klassisch geprägt. Also ich erinnere mich an die langen Autofahrten in den Urlaub, wo also auch nur Klassik lief. Das heißt, ich habe schon eine große Affinität zu viel Konzert, also viel Konzert, viel Orchester. Das muss bei mir schon sein. Und ich erinnere mich relativ früh, dass ich dann irgendwann mal Barry White gehört habe und zwar Love Theme, wo du ja auch viel Orchester und da war ein Beat dabei. Und als ich das gehört habe, ging bei mir die Sonne auf. Und ich fand das so toll. Und dann habe ich geguckt, was gibt es noch so in der Richtung. Und dann gab es die Three Degrees und all das. Und dann behaupte ich mal, dass ich so mit 18, 19 mich so im Mainstream, was diesen Bereich angeht, echt gut auskannte. Und dann dachte ich, das hat mir dann so gereicht. Und dann gab es eine Zeit, da gab es diese Internet-Tauschbörsen, wo du die MP3s besorgen konntest. Das ist jetzt verjährt, ich darf es sagen. Und da hat ein Freund von mir, der wollte mich mal testen und hat so eine rare CD-Compilation besorgt. Und dann habe ich die zu Hause gehört und ich kannte davon einiges. Und da war aber ein Lied, das kannte ich nicht. Und man muss sich diese Zeit vorstellen, da hat ein Handyakku noch eine Woche gehalten. Es gab, Ebay war gerade in den Anfängen, also Internet an sich war, hattest du alles nicht. Also musste ich erst mal recherchieren, wer war denn das? Und da habe ich das rausbekommen und dann bin ich in diverse Plattenläden gewieselt und sagte, so Freunde, ich brauche eine Platte, wo diese Künstlerin drauf ist oder ein Album von ihr. Und ich weiß auch, was das für ein Aufriss war, bis ich eine Info hatte, wie dieses Album hieß. Und die Info, die mich sehr enttäuschte, also das wirst du hier in Deutschland nicht kriegen. Man kann gucken, dass man die irgendwie aus den USA bekommt, die ist von 1974. Und wenn, dann kostet die 1000 Mark. Okay. Und ich stand da in dem Laden, ich weiß das noch wie heute, für eine Schallplatte. Ja, und dann hat er mir den Tipp gegeben, er sagte, was du versuchen kannst, ist, fahr in die Niederlanden. Da wirst du eher dieses Genre finden. Das ist hier bei uns in Deutschland nicht so. Und da wünsche ich dir viel Glück. So, und dann bin ich mit dem Zug oder und oder mit meinem ersten Auto nach Rotterdam und Amsterdam. Wie gesagt, es gab kein Google Maps, kein gar nichts und habe mich dann durch diese Läden gefragt. Und ich weiß noch, das ging über Monate. Also ich konnte da irgendwann Ende der 90er Jahre, konnte ich hier fast hier einen Plattenladen dann nennen. Und ich war fast am Ende dessen, wo ich mich durchgefragt hatte. Und ich kam dann in so einen Hip-Hop-Laden. Das weiß ich noch. Das war in Rotterdam, das war ein Hip-Hop-Plattenladen. Bin da rein und habe ihn gefragt, ob er noch irgendwelche Läden kennte, die halt Soul, Disco, so Sachen haben. Und dann sagt er, den, den, den. Ja, da war ich schon, hatte ich auf meiner Liste abgehakt. Und er sagt, aber du kannst hinten mal gucken. Da habe ich noch so ein kleines Ding, weil das wird halt von den DJs gerne gesampelt, die Hip-Hop machen. Die machen diese Drumbeats und so weiter. Und dann gehe ich hinten an diese Bin, gehe durch. Und ich werde auch diesen Moment nicht vergessen, als mein Gehirn nicht verstanden hat, was ich realisiere. Also, was ich sehe. Weil ich weiß, in Köln sagte der mir, das ist eine Frau im grünen Pullover. Da kannst du das Cover schon ein bisschen erkennen. Und da sah ich das vor mir. Und das waren D-Mark-Zeiten. Das heißt, in den näheren hatten wir noch Gulden. Die kostete 17 Gulden. Nagel mich nicht darauf fest, glaube ich, ungerechnet waren das 18, 19 D-Mark, so um den Dreh. So, und ich nehme diese Platte und halte die fest. Und ich gehe dann zu der Kasse und ich nehme die auch nicht aus der Hand. Und dann sagt er, oh, das tut mir leid. Und ich so, was? Ja, die ist ein bisschen teurer, ne? Aber ich habe gesehen, hinten steht Barry White drauf. Das ist normalerweise so eine 10-Gulden-Platte. Aber es ist ja eine Promo, deswegen kostet die 17. Ich nehme die 20 Gulden aus dem, die liegt, die auf den Tisch sagt, stimmt so. Geh raus. Und der muss jetzt entweder gedacht haben, ich habe jetzt hier irgendwas verpasst oder die ist komplett bekloppt. Weil ich stand vor dem Laden, startete dieses Cover an. Und in dem Moment ist mir bewusst geworden, du weißt eigentlich gar nichts darüber. Und da fing für mich die Reise an, dass ich mich so richtig reingegraben habe. In was gibt es da noch, von wem? Und das war der Anfang. Wie cool ist das denn? Ich habe es ja auch mitgefragt. Die Frau im grünen Pullover. Das war die Platte von damals aus dem niederländischen Plattenladen. Und damit fing die ganz, ja, die spezifizierte Spezialisierung an mit der. Ja, und da ist eine Widmung drauf. Ja, ich habe das große Glück gehabt, die Künstlerin, die hat in Deutschland ein Konzert, so ein Mini-Konzert gegeben. Ja. Und habe das große Glück gehabt, das sie zu treffen und dass sie mir das unterschrieben hat. Wow, Hammer. Und das war für mich die Platte, die den Einstieg in, was gibt es denn noch außer Barry White und Three Degrees und diese Mainstream-Sachen. Das war diese Platte. Ja, sehr cool. Frau im grünen Pullover. Ja, fein. Wirklich ein schönes so. Hast du außer dem Genre noch weitere Einschränkungen, also hinsichtlich, was nicht, geografischer Lage der Veröffentlichung oder hinsichtlich Zeit oder so? Nicht willentlich, weil es gibt aus Brasilien, aus Israel, aus Italien, aus so vielen Ländern so schöne Soul-Platten, Disco-Platten. Das Problem ist die Verfügbarkeit. Die sind entweder in nicht einer großen Auflage oder man kennt es einfach noch nicht, weil das ist auch ein riesen Rabbit Hole, in das man reingeht. Und dann hast du das Problem, wenn mir jetzt zum Beispiel einer sagt, boah, das gibt eine total tolle Italo-Soul-Platte, die hat jetzt der und der reissued, war vor drei Wochen. Dann gehst du auf die Seite, ist es schon wieder ausverkauft, weil das dann in so einer Kleinstthematik war. Und da ist es für mich einfach schwierig, an diese Sachen ranzukommen, weil klar, ich könnte jetzt ein Video machen, einmal die Wochen, wo ich mich hinstelle. Ich blende dann so ein paar Bilder ein oder auch das Plattencover. Aber mir ist es wichtig, zumindest eine Platte dieses Künstlers auch selber zu haben. Weil für mich ist das wieder was anderes, streame ich dieses Album oder habe ich es wirklich in der Hand, habe dieses Erlebnis, habe es auf Platte. Und deswegen habe ich aktuell so ein bisschen die Einschränkung, dass es halt zu 95 Prozent ist das USA. Aber nicht willentlich. Also ich würde es gerne breiter aufstellen, aber es ist wirklich schwierig, dann an diese Sachen ranzukommen. Du hast es jetzt gerade schon angeschnitten, das Thema. Wie verträgt sich Soul und Disco mit Streamen für dich? Gut. Okay. Also wenn ich unterwegs bin, streame ich. Und ich finde es für viele Menschen auch eine tolle Möglichkeit, zum Beispiel Alben zu hören, für die man sich interessiert, aber vielleicht noch nicht sicher ist, ob man es sich kauft. Weil teilweise, auch wenn du dir eine neue Platte holst, da reden wir von 30, 40 Euro schon mal. Und da finde ich das absolut legitim. Also da habe ich gar kein Thema. Und das Schöne ist, es gibt ja mittlerweile auch viele Anbieter, wo man rarere Sachen auch mal hören kann. Und das finde ich eine total wichtige Sache auch. Also das ist jetzt nicht, dass ich sage, ich höre jetzt nur Vinyl und verteufle das andere. Also ich finde, es muss für jeden Bereich sowohl, muss es einfach den Platz und den Raum geben. Und das muss auch für jeden Bereich legitim sein, dass man das haben darf. Und es gibt ja, ich kenne Leute, die haben zu Hause die tollsten Streaming-Sachen mit File-Server und dies, das, jenes und sagen, das ist für mich die Erfüllung. Das habe ich, das ist doch super. Ja, genau. Das ist, für mich geht das absolut einher. Wie ist das mit modernen Soul-Künstlern, so Joss Stone zum Beispiel? Die Frage bekomme ich total oft gestellt und die Antwort, die ich dann gebe, ist immer für viele überraschend. Und ich habe mich auf diese 60er, 70er, so Anfang der 80er Jahre spezialisiert. Hat für mich folgenden Grund, wenn Nina Simone singt Mississippi Goddamn oder wenn diese Menschen gerade in dieser Zeit aufgewachsen sind, Ende der 50er, Anfang der 60er, wo eine Ruby Bridges mit sechs Jahren als erstes Mädchen auf eine weiße Schule kommt und die wird mit Marshalls da rausgebracht. Und da stehen dann Mütter davor mit Kindersergen und sagen, ich vergifte dich und da kommst du rein. Also wenn so jemand über Schmerz und Leid singt oder über Kummer, dann nehme ich dem das voll ab. Das heißt nicht, dass die Künstler von heute nicht das gleiche Thema haben oder ein ähnliches Thema, vielleicht nicht mehr in dieser Schwere und in dieser Kraft. Aber für mich ist dieser Transport darüber für mich schwer. Das berührt mich nicht so sehr wie eine Platte aus den 60ern. Und was ich halt auch schwierig finde, ist, man versucht halt auch, also meiner Meinung nach von den Sachen, die ich gehört habe, diesen Klang zu replizieren. Durch die Aufnahmetechnik, man sagt, man nimmt wieder analog auf und so weiter, dass man da versucht, was zu replizieren. Man bringt seinen eigenen Twist mit ein, was auch schön ist. Aber ich habe diesen Fokus dahin und für mich ist das wirklich schwierig, diese gleiche Emotionalität zu empfinden für die älteren Sachen. Das ist für mich, ist das nicht das Gleiche. Ich habe nicht das gleiche Feeling. Hat eine andere Tiefe. Absolut. Was einen Gefühlsausdruck anbelangt. Ganz genau. Ja. Also und es ist ja auch halt so, damals musstest du ja auch singen können, um was aufzunehmen. Und du musstest auch, wenn du Musiker warst, gegebenenfalls ein Instrument spielen können. Da gab es noch keinen Autotune. Also von daher, ja, ist das für mich was anderes. Auch von der Wertigkeit her. Tatsächlich, muss ich so sagen, von der musikalischen Wertigkeit, auch wenn ich da jetzt vielleicht dem einen oder anderen vor den Kopf stoße, es tut mir leid. Aber hat das für mich eine andere Bedeutung. Ja. Wobei ich Raum für alles lasse. Ja, wobei, also Just Stone, als ich das erstmal gehört habe zum Beispiel, war ich völlig geflasht. Ja, also großartige Stimme. Absolut. Ja, das ist ja gut. Ja. Auch eine Amy Winehouse. Großartig, ne? Auch wenn sie sich halt viele Sachen von den Rondettes geklaut hat. Also so vom Aussehen und so der Stil und so. Aber es ist ja legitim. Man kann sich ja inspirieren lassen und das für sich auf ein neues Level bringen. Ja, aber für mich persönlich ist es nicht das Gleiche. Auch eine Just Stone. Absolut keine. Das würde auch in ein Konzert gehen. Ich würde aber jetzt nicht sagen, ich fange jetzt an von der Vinyl zu sammeln oder sowas. Das für mich nicht. Da würde ich ja auch sagen, da streame ich. Und dann höre ich mal, wenn ich im Stau stehe, um runterzukommen. Wenn wieder Streik ist. Ja, wie ist das? Wie politisch war Soul und wie emanzipatorisch, was die weibliche Emanzipation angeht? Weil es gibt ja doch wirklich eine Menge vorwiegend schwarzer Künstlerinnen, die damals dann durchgestartet sind. Ja, ich glaube, da kam, also Soul an sich finde ich schon recht politisch. Also Dancing in the Street. Wo Martha Reese halt sagt, geht auf die Straße und tanzt. Und damit meinte sie, geht raus, aber seid sichtbar. Seid sichtbar, dass ihr da seid. Oder ein Sam Cooke, der halt bei Wonderful World singt, don't know much about history, biology. Da waren schon diese Botschaften versteckt. James Brown, I'm Black and I'm Proud. Das waren schon Dinge, dass das halt auch mit diesem Black Movement schon so ein bisschen Hand in Hand ging. Und das war halt auch wichtig, dass das passiert ist, weil diese Menschen da unter Umständen teilweise leben mussten. Die konnten sich nicht die Häuser kaufen, auch wenn sie sich vielleicht das Geld mühsam erspart hatten. Wie jetzt zum Beispiel ein weißer Mensch. Weil das einfach aufgrund dieser Rassenthematik nicht möglich war. Und was die Frauenthematik angeht, wenn du dir die Version von Otis Redding anhörst, Respect, und die von Arthur, von Aretha Franklin, dann haben die zwei völlig unterschiedliche Bedeutungen. Und ich glaube, das war für die weibliche Emanzipation, war das eine Hymne, die war richtig und wichtig. Und deswegen hat der Stellenwert von diesem Song von Aretha Franklin auch den Stellenwert, den es heute hat. Absolut. Aber ich glaube, dass da geschichtlich viele Dinge zusammengekommen sind. Und Nancy Sinatra singt These Boots are made for walking zum Beispiel, was ja auch so. Und 1966 kam dann die Anti-Baby-Pille raus. Ja, also ich glaube, da sind viele Dinge hervorgekommen, die wichtig waren. Ich höre gerne einen Podcast, der heißt Kein Mucks mit Bastian Pastewka. Da werden so alte Krimi-Hörspiele wiederholt. Okay. Und das liebe ich ja. Und gerade so die aus der 60er, 70er, da war jetzt ein Hörspiel dabei. Da war eine Frau von einem Kommissar auf einer Insel. Der Kamissar kam nicht zu ihr, weil es war irgendwie Unwetter. Und der Verbrecher stand dann vorm Haus und der hat mit der Frau gesprochen, wie mit einer Grenzdebilen. Ja, wo ich dann auch denke, boah. Und da habe ich halt auch mit meiner Mutter drüber gesprochen, die ist mittlerweile 84. Da sage ich, wie war das denn so? Und da sagt sie, das war diese Zeit so. Du wurdest als Frau, hattest du da echt Themen. Und auch, wenn ich mal mit einer Bekannten spreche, die war Stewardess in den 80ern. Okay. Ja, die halt auch sagt, ja, es ist schon wesentlich besser geworden. Deswegen, ich glaube, das war einfach Zeit. Und durch die Faktoren, die da zusammengekommen sind, hat man Hymnen gebraucht. Und halt auch Rollenbilder, die man auch mit diesen schwarzen Musikerinnen hatte. Spotify ist ja zum Beispiel im Moment, ich sage mal, zu Recht ziemlich in der Kritik wegen der weitgehend ausbleibenden Honorierung der Künstler. Du brauchst, glaube ich, eine Million Streams, um, was war das, 3500 Euro zu bekommen oder so. Und wenn dann noch 80 Prozent das Label kriegt, dann bleiben für dich nicht mehr viel übrig. Wie ist das mit den Soul-Künstlern, Disco-Künstlern? Was haben die üblicherweise damals, als sie im Studio standen, auch als komponierende oder produzierende Menschen für ihre Platten bekommen? Also das ist so ein Thema. Ich habe ja viele Interviews auch mit den Künstlern geführt. Und da habe ich einfach aus der Erfahrung gelernt, da nicht nach Zahlen zu fragen. Weil viele davon, das reißt für die Wunden auf. Und das ist für die auch teilweise ein wirklich sehr beschämendes Thema. Weil grundsätzlich muss man Folgendes berücksichtigen. Die sind aus dem College gekommen oder aus der High School. Und dann kam ein Talent-Scout und hat gesagt, du hör mal, möchtest du nicht einen Plattenvertrag? Und da sagten die, ja klar, natürlich. Und die hatten ja nicht die Möglichkeit zu sagen, Rechtsanwalt, guckst du doch nochmal drüber. Hatten sie schlicht und ergreifend nicht. Und sie haben halt diesen Menschen vertraut, sie haben ihr Management vertraut, sie haben der Plattenfirma vertraut. Und das waren halt Verträge, die waren nicht in ihrem Interesse, sondern entweder im Interesse des Management oder und oder des Plattenlabels. Das heißt, teilweise war das so, die sind halt für die Session bezahlt worden, 100 Dollar oder sowas. Und wenn das Ding dann ein Millionseller war, hat natürlich die Plattenfirma, der Songwriter, der fürs Publishing zuständig war, die haben natürlich alle die Hände aufgehalten. Und der hatte halt das Geld für die Session. Worüber man dann halt auch noch Einnahmen generieren könnte, waren dann halt so Touren. Aber auch da hast du wieder einen Manager, da hast du natürlich, du musst die Musiker bezahlen und, und, und. Das war schwierig. Wenn du aber in der privilegierten Lage war, dass du selber deine Songs schreiben konntest, musstest du halt dann auch noch die Plattenfirma oder den Produzenten dazu bewegen, dass diese Songs auch auf die Platte draufkommen. Weil auch die Produzenten sagen, naja, ich kenne ja Songwriter XY, der hat mir hier zehn Songs geliefert, die würde ich gerne auf ein Album packen. Da hattest du halt auch diese Diskussion. Aber das war für die Künstler, war das allesamt schwierig, je nachdem, was du für einen Vertrag hattest. Und wenn du halt das Glück hattest, du hast selber deinen Song geschrieben, du hattest vielleicht auch eine eigene Publishing Company, dann kann das durchaus sein, dass du von vielen Songs heute gut leben kannst. Ich kenne aber ausnahmslos viele Künstler, die müssen sich mit 80 noch auf die Bühne stellen, um dann die Songs zu singen, mit denen sie dann in den 60er, 70er Jahren Hits hatten, um irgendwie Geld zu haben. Und das ist teilweise so schlimm, wo es Künstler gibt, die leben kurz vor der Armutsgrenze. So, und da ist das halt, und die sagen halt auch, ich müsste eigentlich einen Anwalt haben, der das mal alles für mich einklagt und halt mal guckt, wie, wie, ne, mir steht Geld zu. Aber das können sie schlicht und ergreifend nicht leisten. Und deswegen sagen halt viele, hätte ich damals gewusst, was ich heute weiß, ja, dann wäre das auch anders gelaufen. Oder, also das ist halt wirklich, das tut mir ja dann immer wahnsinnig leid für die Leute. Und wenn ich da anrufe und sage, ja, ich bin so und so und ich kenne deine Platte, wer bist du? Die haben teilweise nicht mal eine Platte von sich selber. Ja, und dann versuche ich, die dann zu besorgen, insofern das möglich ist und schicke denen das zu. Und dann hatte ich schon Anrufe, wo die Leute wirklich weinend sich bedankt haben, dass sie jetzt mal ihren Kindern und Enkelkindern zeigen können, dass die mal eine Platte aufgenommen haben. Also ich sehe das wirklich sehr kritisch, wie man mit den Menschen umgegangen ist. Aber was halt heute passiert durch Spotify, das ist ja ein gutes Beispiel, ist ja quasi eine Weiterführung dieses Systems. Deswegen ist es ja grandios, was Taylor Swift auch gemacht hat und denen einfach da mal den Mittelfinger zu zeigen. Und das finde ich wichtig und richtig. Und man muss halt auch bedenken, heutzutage haben ja Künstler wie Justin Bieber, der ist ja durch YouTube groß geworden, ganz andere Möglichkeiten, sich auch zu verbreiten. Und dann hattest du halt Riesentalente, die hatten dann eine Möglichkeit, eine Single aufzunehmen, so einem kleinen Label, wo dann der Vertrieb dadurch stattfuhr, dass irgendeiner mit einem Truck durch die Städte fuhr und sagt, willst du eine Single kaufen? Und heute sind das dann 10.000 Euro Singles und die Leute fragen sich, wie grandios gut ist das? Und das ist eine ganz schwierige Zeit für diese Künstler gewesen. Ja, du tauchst da ziemlich tief ein in diese ganzen Storys, also dass du bis hin zu den Künstlern gehst und so weiter. Wie recherchierst du, wie kommst du an diese ganzen Daten? Also ich habe ja, als ich beschlossen hatte für mich, ich muss da tiefer eintauchen, weil ich das Gefühl hatte, dann doch nicht alles zu wissen. Also war ich damit gesegnet, weil es war ja vor Internet, dass du halt heute tippst du ein, Aretha Franklin, welchen Artikel willst du darüber lesen, welche Doku willst du gucken? Und ich hatte das große Glück, dass unsere Bücherei, was diese Themen anging, sehr gut ausgestattet war. Das heißt, ich habe da, ja, ich erinnere mich noch an das Plakat in der Bücherei, schock deine Eltern, lies ein Buch. Und da habe ich dann wirklich ganz, ganz viel gelesen und als das Internet und mir auch viel rausgeschrieben oder habe dann dafür einen Zehntfennig oder so dann mal eine Kopie von der Seite in der Bücherei gemacht und so. Für Sachen, wo ich sage, das ist mir sehr, sehr wichtig. Dadurch habe ich mir viel angeeignet und durch das Internet, wenn ich jetzt zum Beispiel einmal die Woche so eine Folge vorbereite, wo ich sage, ich habe jetzt hier den und den Künstler, versuche ich den Künstler auch zu finden. Oder versuche Menschen zu finden, die in der Umgebung des Künstlers waren oder die irgendwie bei der Aufnahmesession dabei waren, weil ich finde das wichtig, nicht einen Wikipedia-Artikel vorzulesen, der zuweilen auch falsch sein kann, sondern halt die Geschichte von den Menschen zu haben, die da waren, als es passiert ist. Und deswegen bin ich ständig irgendwie am Suchen, wen kann ich finden, wo kriege ich eine Telefonnummer her. Und ja, oft habe ich gesagt, wer bist du? Von wo rufst du an? Deutschland? Okay, was willst du von mir? Ja, sie haben doch mal 1974 mit dem und dem eine Platte gemacht. Und dann habe ich das auch oft, dass die Leute dann einfach auflegen. Und dann versuche ich nochmal anzurufen und versuche das dann zu erklären, weil die Leute halt auch sehr vorsichtig geworden sind aufgrund der schlimmen Erfahrungen, die sie halt in der Vergangenheit gemacht haben, bis ich dann mal erklärt habe, ich will gar nichts von dir, es wäre schön, wenn wir ein Interview machen könnten. Ich kann es aufzeichnen per Telefon, wäre auch super, wenn wir das über Video machen könnten. Und dann versuche ich, diese Geschichten herauszufinden. Und das ist mir ganz wichtig, weil ich sage denen auch, in zehn Jahren, wenn sich jemand für dein Album interessiert, dann kann der das nachgucken, so wie es war. Und nicht irgendein Wikipedia-Ding oder irgendwo anders von irgendeiner Seite, sondern es ist dann deine Geschichte. Und das, das so versuche ich zu recherchieren und das zu machen. Das sind manchmal viele schlaflose Nächte und ich verfluche die Zeitverschiebung. Dann sitzt du da um zwei Uhr nach und sagst, du schaffst das Nadine. Du musst jetzt nur wach bleiben, du schaffst das. Okay. Ja, du hast eine ganze Reihe von wirklich auch sehr seltenen Platten. Wo ist für dich die persönliche Preisschmerzgrenze? Gibt es sowas? Ja, mit Sicherheit gibt es das. Ich habe sie noch nicht. Nein, also das Thema ist, es kommt immer darauf an, was habe ich für eine emotionale Bindung an eine Schallplatte. Und ich habe eine Schallplatte, die habe ich 20 Jahre gesucht. Und ich hatte ganz oft in Videos, da habe ich das Reissue in den Händen gehalten und gesagt, also mein Traum wäre es, da mal ein Original zu bekommen. Wenn da jemand jemanden kennt, sagt mir Bescheid. Und dann trug es sich zu, dass mich jemand aus Amerika anschrieb und sagte, ich habe die hier, die liegt hier bei mir rum. Ich will die nicht mehr. Er hat mir dann Fotos geschickt. Wir haben geschrieben, haben uns dann auch geeinigt. Und dann sagt er, ich habe jetzt deine Adresse gesehen. Ja, du kommst ja aus Deutschland. Ja, ja, das wusste ich nicht. So, ist das ein Problem? Ja, weil ich verschicke nicht nach Deutschland. Er sagt, das ist ein riesen Hässel. Ich wohne, der wohnte irgendwo in einem Dorf, der musste 45 Minuten bis zum nächsten Post Office fahren. Und sagte, also das ist so viel Papierkram, den ich da ausfüllen muss. Und dann wird das irgendwie, kommt das kaputt bei dir an und das ist, nee, das will ich nicht. Da dachte ich, nee, das kann jetzt nicht daran scheitern. Und ein Freund von mir, der wohnt in Las Vegas. Und ich sage, schickst du es denn innerhalb von Amerika? Sagt er, das ist kein Problem. So, und das war zu Corona-Zeiten, wo halt die Paketdienstleister wirklich am Maximum waren. Die taten mir auch alle leid. Also wer da mal an der Post war und in der Schlange und gerade zu Weihnachten, also es war schlimm. Und so kamen die Pakete dann noch teilweise an. Das heißt, er hat das Paket dann in Las Vegas bekommen. Er hatte mir auch ein Video gemacht, wie er das ausgepackt hat. Hat dann auch erst so getan, als würde er sie fallen lassen. Der zweite Prank oder der zweite Streich war dann, dass er dann auf einmal so eine ganzen Rosesplatte aus dem Paket rausholte. Und ich sagte, nee, hab dich nur verarscht, hier ist sie. Also ich war schon fertig, als ich das dann morgens um zwei Uhr sah. Und er sagte, ja, aber ich kann dir die auch nicht schicken. Sag ich, warum kannst du mir die denn nicht schicken? Er sagte, ich habe jetzt ein paar Sachen nach Deutschland geschickt. Die Pakete, die kamen alle komplett zerstört an. Weil halt Corona und dann schnell hier Paket und da kannst du zehnmal einen Aufkleber draufkleben. Dann sag ich, ja, wenn du das irgendwie mit FedEx gut verpackst, dann sagt er Nadine, wenn da so dein Herz dran hängt. Ich habe da momentan echt Themen, ich habe Angst, dass die kaputt geht. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich hole sie ab. Und dann habe ich mich freitags in den Flieger gesetzt, habe die abgeholt und bin dann wieder zurückgeflogen. Also man muss auch ein bisschen bescheuert sein. Und das würde ich auch nicht für jede Platte machen, aber da war es halt, ich habe die so lange gesucht. Und diese Geschichte um diese Platte, die hat mich total gefesselt auf so vielen emotionalen Ebenen, dass ich gesagt habe, die muss ich jetzt als Original haben. Ja, sagst du uns bitte auch, welche Platte das ist. Ich habe sie sogar dabei. Barbara Harwood on the Rise. Das ist eine Privatpressung, von der ist 1970 sind da 500 Stück gepresst worden. Es gibt noch 27 auf der Welt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich die jemals hätte bekommen können, die war maximal niedrig. Und ja, es gibt ein Reissue dazu und wenn ich Besuch habe, das Reissue klingt auch besser und das war ein Needle Drop. Das heißt, man hatte die Bänder nicht mehr, hat dann die Platte genommen, abgetastet, digital überarbeitet. Die klingt besser als das Original. Und wenn ich dann Besuch habe und jemand sagt, Mensch, lass uns doch mal die Platte hören, steht hinter mir im Regal das Reissue. Ja, lass uns die hören. Ich sage, nee, wir müssen das Original hören. Ja, aber die klingt doch besser. Ich so, nee, die ist besser. Weißt du warum? Ja, warum? Die ist imperfekt. Private Press, das heißt, die Vinylqualität ist nicht die beste. Die Aufnahmegeräte in diesem Studio, die waren über weitem nicht vergleichbar mit Atlantic, Columbia oder sonst wem. Nichtsdestotrotz höre ich die lieber, weil sie imperfekt ist. Okay. Und deswegen, ja, das ist für mich schwierig zu sagen, klar hat man Grenzen. Es gibt noch eine Platte, die suche ich, die ist jetzt auf Ebay weggegangen für 6000 Euro. Ja, das sage ich auch. Also da kann ich, kann ich, kann ich, muss ich lernen mit Leben. Und es ist halt auch so, es ist ja, wenn man es mal runterrechnet, das ist schön, diese Jagd. Ja, und das dann zu finden. So, und dann hast du das und dann denkst du nach ein paar Tagen, ja und jetzt, jetzt brauche ich einen neuen Dings. Und das habe ich mir versucht abzugewöhnen. Weil A, möchte ich nicht an die Grenze kommen, dass ich Platten habe, die ich nicht hören kann, weil es einfach eine Masse ist. Mir ist es wichtig, Schallplatten, klar, die zu haben, aber dann die auch zu hören. Und die Möglichkeit, und wenn ich dann irgendwann mal vor dem Regal stehe und sage, ich weiß gar nicht, wo ich anfange und aufhören soll, und die 30 habe ich auch noch nicht gehört, dann ist das nicht gut. Ja, richtig. Sondern mir ist das wichtig, ich möchte dann die haben, die ich auch regelmäßig höre. Und das nächste Ding ist, wenn man sich mal die Welt und die Gegebenheiten anguckt, Gesundheit ist wichtig, ja, wenn nicht das Wichtigste, dass man ein Dach über dem Kopf hat, dass man an den Kühlschrank greifen kann, um sich was zu essen rauszuholen, dann relativiert sich das alles auch wieder für mich. Wo ich dann sage, ja, mein Gott, dann ist sie jetzt weg und wenn ich sie jetzt nicht habe, geht die Welt nicht unter. Und das ist so, ich gucke, was ist in den Möglichkeiten, geht es, geht es nicht und selbst wenn, ist das mittlerweile bei mir so, ja, komm. So what? So what? Okay. Du kannst auch noch immer eine Platte gleichzeitig einmal hören. Ja, so ist das. Ja, Platte hören, welche Rolle spielt deine Hi-Fi-Anlage denn für dich? Die Hi-Fi-Anlage ist für mich ein Medium, das es mir ermöglicht, von einer Plastikscheibe Musik zu hören. Jetzt könntest du mir als Gegenfrage stellen, Nadine, ich weiß ja, welchen Plattenspieler du hast. Passt das so ganz in das Bild? Also, ich finde das richtig, weil ich finde diese ganzen Hi-Fi-Diskussionen, die finde ich schwierig. Denn wenn jemand sagt, ich habe, für mich ist das größte Glücksgefühl, über mein Handy Musik zu hören, ist das genauso legitim, wie jemand sagt, naja, also unter 20.000 Euro fängt der Schallplattenspieler nicht an. Dann ist es genauso legitim, wie jemand sagt, ich habe mir für 1.500 Euro Boxen, Verstärker und Plattenspieler gekauft und ich habe Freude damit. Ich habe viele Jahre einen RIVOX-Plattenspieler gehabt, Jahrzehnte mit einem braunen Verstärker und braunen Boxen. Und ich hatte Riesenspaß und Freude dran. Deswegen, diese ganzen Diskussionen, oder dann sitze ich davor, wo könnte ich denn jetzt noch ein Quäntchen verbessern, wenn ich jetzt vielleicht ein Kabel mit Goldummantelung nehme oder noch irgendeine Stecker-Dings, was den Strom reinigt, könnte ich dann da noch so ein Quäntchen rausholen? So jemand bin ich nicht, sondern ich sage, setz dich davor und wenn es halt irgendwelche günstigen Boxen sind, wo manch einer sagen würde, das ist für mich nicht mal ein Einsteigermodell, wenn du davor sitzt und Freude damit hast, dann hab das doch. Und das ist mir immer bei diesem ganzen Hi-Fi-Thema, weil er sagt, da gibt es ja armdicke Kabel, habe ich mittlerweile gesehen, mit denen man irgendwie was machen kann für unfassbar viel Geld. Ich sage, wenn du daran Freude hast, mach das, wenn das für dich die Glückseligkeit ist, mach das. Man muss es aber auch genauso respektieren, wenn einer sagt, ich hol mir irgendwas Gebrauchtes und hab Freude damit. Und das ist für mich das Wichtigste. Aber ja, für mich dient die dazu, die Musik zu hören und wenn ich da Möglichkeiten hab, für mich da noch ein bisschen was rauszuholen, dann mach ich das vielleicht auch mal, aber ich sitze mich davor und hab Freude. Und das ist das Wichtigste. Ja, Musik. Ja, und höre eine imperfekte Platte aus dem Jahr 1970, die vielleicht ein paar Pressfehler hat, wo das Vinyl nicht gut ist, aber mir geht das Herz dabei auf. Und so sehe ich das mit der Hi-Fi-Anlage. Das ist für mich kein über Jahre andauernder Prozess, wo ich sage, was kann ich jetzt noch tun? Ja, klar. Ja, es gibt diesen Spruch von, die Hi-Fi-Fans, die brauchen die Musik, um ihre Anlage zu hören und die Musikfans, die brauchen die Anlage, um die Musik zu hören. Ja, so ist das bei mir. Ich gönne jedem alles und wenn sich da jemand auch, wie ich in diese Themen reingräbt, wenn sich da jemand reingräbt, wie mache ich die perfekte Box, mit welchem Holz und dies, das, jenes, dann gönne ich dem das genauso. Weil für den ist das dann die Glückseligkeit. Aber ich finde, man muss auch manchmal die Kirche wirklich im Dorf lassen an der Stelle. Also was ich da durch YouTube und auch durch die Streams, die wir regelmäßig haben, da teilweise höre ich dann, ich denke, boah, ja, finde ich aber jetzt auch schwierig. Und es ist legitim, wenn einer sagt, ich habe einen Plattenspieler, den habe ich mir vom Mund abgespart, der hat jetzt meinetwegen 500 Euro gekostet und der macht mir Freude. Dann ist das genauso gut, wie wenn jemand sagt, ich habe jetzt mal richtig ins Portemonnaie gegriffen und habe mir da jetzt was für, was weiß ich, hingestellt und es macht ihm Freude. Das ist alles legitim und jedes hat seine Berechtigung. Ja, absolut. Du hast deinen Kanal sozusagen aufs nächste Level gestellt. Du hast jetzt einen eigenen Shop. Ja. Was gibt es da? Das ist ein Projekt, was ich gestartet hatte, weil ich ganz oft gefragt wurde, ja, was kann man denn so an neuen Platten empfehlen? Und ich habe dann gesagt, ich habe hier drei, vier Reissues oder auch Compilation-Albums, die finde ich gut, die finde ich qualitativ gut. Und dann war immer das Thema, ja, wie kommt man denn da dran? Und dann habe ich den Lieferanten ausfindig gemacht und der sagte, pass auf, ich schnüre dir jetzt hier irgendwie Pakete für x Leute, das können wir so nicht machen. Er sagte, ich kann dir höchstens das irgendwie in Gesamtheit schicken und du kümmerst dich um diese Verteilung. Und daraus ist halt die Idee für den Shop entstanden. Allerdings, und das ist auch schön, die Leute erfreuen sich, nur muss man halt bei mir berücksichtigen, ich mache das in Kleinstmengen. Also wenn ich da mal zehn Exemplare von einer Platte habe, ist das viel. Und wenn man halt mit Lieferanten spricht und sagt, du hör mal, ich hätte gerne fünf bis zehn Platten oder, ne, ich brauche Platten von dir. Und dann sagen die, ja, okay, wie viele Paletten sollen wir denn vorbeibringen? Weil du musst natürlich auch in Vorleistung treten, ne? Ja, klar. Das ist schwierig, aber ja, das habe ich dann mal gemacht. Ob es weiter geführt wird, ich versuche es jetzt mal mit den gebrauchten Sachen. Und sollte da ein Lieferant zuschauen, meldet euch gerne bei mir. Ich nehme euch so fünf bis zehn Platten für den Anfang erstmal ab. Nadine, es hat einen Riesenspaß gemacht, dich hier zu haben. Ganz, ganz vielen Dank. Ich bin gespannt, wo dich deine Reise dann noch hinführt. Und ja, sehr schön. Ja, ich kann mich auch bedanken. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Und ich bin auch gespannt, wo deine Reise hingeht. Du hast ja auch einige spannende Projekte. Ja, danke. Und das wird gut. Und vor allen Dingen, was ich ja hier sehe, wie professionell das hier alles gemacht wird, hat mich schwerst beeindruckt. Von daher, das kann nur gut für dich werden. Bis zum nächsten Mal.